Das ist Dalkendorf, Landkreis Vostok. Da geht es wieder nicht durch. Fahrrad hier hoch. Fahrrad gesperrt hier. Das wird auch mehr Dalkendorf. Der weite Weg auf sie. Leider können wir nicht alles sehen. Aber wenigstens neue Vögersteigen. Vor den Plattlauten. Da. Dalkendorf kommt jetzt der Amalienhof. Gleich mit. Hier braucht noch was dran zu tun. Am Amalienhof. 19.05.2020. Wir müssen Blaze nochento vedeta. Wir müssen noch eine Projekte instellen. Das ist schon ein paar Projekte. Das sind nur die Projekte. Das sind alle noch. Das sind alle noch. Ebenfalls wahrscheinlich Amalienhof. Ja, und geradeaus wieder Knüppel-Darmruppe. Ja, jetzt machen wir's gut. Sein ist aus, wir arbeiten. So, das war hier Amalienhof. Und tschüss.